Komm her! Alles klar? Jeff hat vorne auch so ganz komische Zähnchen. Hehehe Und Jeff, der hat ja nicht so Bock, he? Ja, der Jeff, der befindet sich gerade auf der Autobahn. Hier wird eine Autobahn gebaut. Wahnsinn, was hier an Erdmaterial bewegt wird, ne? Ja, da hinten geht's weiter. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020